Wer war das für euch? Wer ist die Sauerei an die Tafel geschmiert? Ihr wart das? Wie könnt ihr nur? Ihr müsst auf den Keller aufräumen. Los! Alle raus! Ich will hier anständig Unterricht machen. Ja? Jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man hier alles abruf macht und voll schmiert. Musik Lars, du kommst mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Und was haben wir heute gelernt? A-Quattrat plus B-Quattrat gleich C-Quattrat. Okay Leute, nach der Pause machen wir weiter mit Deutsch und bitte kommt pünktlich. Ich bin nicht schon wieder hier die ganzen Verspätungen. Was machen die da so lange? Keine Ahnung, da ist die Keller. Ja, und weißt du mal wo die Keller ist? Ja, vielleicht hier, komm. Ja, lass da rein. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Ja, hoffentlich. Oh, ist das hier schlägig. Was ist denn hier passiert? Ja. Was ist das? Als Hacking hast du gesetzt, ist sie schon tot. Die müssen wieder irgendwo sein. Ja. Ich komm mal da. Ich komm mal da. Echt hier. Okay, komm. Oha, hier ist dein Geschmack. Hier ist Feuer daneben. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ah, ich hab diese Kinder. Ich darf nur hochrennen. Was sind wir? Was sind wir? Wer bist du? Wer bist du? Ich verstehe gar nicht. Ich muss gar nicht, jetzt sind immer einer. Die Beeren, ich glaub sie sind zu giftig. Lieber nicht essen. Was ist das für ein Stegel? 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 Da ist so frisch drin. Frisch drin. Frisch drin. Wie kommen wir hier Hause? Vielleicht ist hier irgendwo ein Portal oder so oder eine Tür. Wir müssen einfach weitersuchen. Gibt's hier vielleicht ein Tor. Vielleicht gibt's hier auch irgendwann eine Wasserquelle, damit wir was trinken können. Wer sind ihr denn? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Gunga. Wo sind wir? Wir sind auf Tierplein. Was ist das? In diesem Planeten. Wie kommen wir nicht nach Hause? Keine Ahnung. Aber es gibt einen Ort, da können wir gleich nach Hause. Und wie läuft das? Nichts. Komm mit. Was macht ihr denn hier? Ja, wir haben uns verlaufen. Unsere Klassenkameraden. Wir haben einen Einheimischen gefunden, der uns jetzt nach Hause führt. Können wir nicht zeigen, wo wir nach Hause können. Wir haben uns nicht hier. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Problem. Ich bin der Hüter dieses Portals. Wenn ihr durch wollt, müsst ihr euch alle an den Händen halten und aufstehen. Dann müsst ihr mir nur noch nachsprechen. Großer Geist von Terraplein Großer Geist von Terraplein Schick uns nach Hause Zum Sonnenstein Irgendwer muss diesen Kindern Pünktlichkeit beibringen. Na gut, eine Minute gebe ich ihnen noch. Ich bin sehr stolz auf euch. Alle pünktlich. Dann können wir mal anfangen. Ich bin sehr stolz auf euch. 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 Ich bin sehr stolz auf euch.